Als Veranstaltungsserie konzipiert folgt das Warm-up 3 am 2. April 2017 dem Countdown bis zur Eröffnung der Motorworld München zum Jahreswechsel 2017-2018. Jedermann, ob Szene-Fan, Interessenten oder Neugierige sind herzlich eingeladen, dieses ganz besondere Event mitzuerleben. Rund 9000 Besucher werden zu diesem Warm-up erwartet. Herzlich eingeladen, kostenfrei auf dem Gelände zu parken, sind all jene, die mit Old- oder Youngtimern, Super-Sports-Cars oder Raritäten, unter anderem US- und Custom-Cars, Sonderfahrzeugen und Motorrädern vorfahren. Schon jetzt haben sich zahlreiche Szene-Fans und Clubs angekündigt. Ein Blick in die riesige 24.000 Quadratmeter große Bahnausbesserungshalle, die sich jetzt im Umbau befindet, ist ebenso an dem Tag noch möglich. Darüber hinaus sorgen viele diverse Stände für das leibliche Wohl der Besucher. Der Eintritt zum Warm-up der Motorworld München am Sonntag, den 2. April 2017, von 10 bis 16 Uhr, ist für jedermann kostenfrei. Oldtimer & Co. können bereits ab 8.30 Uhr über die Zufahrt der Lilienthalallee 35 einfahren und ihre Fahrzeuge auf dem Gelände parken. Schmerz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020